Das ist das Feste, was ich mich am meisten freue. Es ist im Sommer, es ist in München, es ist gemütlich. Es hat eine Nähe zum Publikum und was Unkompliziertes und was Leichtes. Auch wenn ich schon viel unterwegs war oder jetzt gerade letzten Monat in Cannes beim Filmfest, ist immer noch das Münchner so mein Herzenstück. Es geht um die Zuschauer und es geht um die Liebe zum Film und das spürt man eben hier sehr, sehr deutlich. Es ist ein Publikumsfestival, wo man wirklich noch Karten bekommt, auf tolle Filme sehen kann, trotzdem irgendwie Stars zum Anfassen hat. Ich bin wirklich froh und glücklich, dass wir auch dieses Jahr wieder ein glamourreiches, ein tolles, mit tollen Beiträgen versehenes Filmfest haben. Ja, es ist einfach was Gemütliches. Man weiß wirklich nicht, wie man anfangen soll, wo man anfangen soll, diese Filme zu sehen. Es ist fantastisch. Dass es nicht immer nur durchgestylt und ein äußerliches Fest ist, sondern eigentlich eher ein herzliches Fest. Das ist ein spezielles Privilege, das Festivale zu drinnen. Ich bin glücklich. Der Münchfestival ist sehr, sehr wichtig, nicht für Deutschland, sondern für Europa-Cinema. Untertitelung des ZDF, 2020